So, wollt ihr mal ein cooles Feature sehen in Cyberpunk 2077 mit dem Update 2.0? Findet ihr auch im Prinzip in den Patch Notes oder auch schon beim Einstieg, aber man übersieht es ganz schnell und ich zeige euch einmal worum es geht. Ich lasse euch für euch das Motorrad mal in einem cooleren Design erstrahlen. Und zwar seht ihr jetzt hier so schick die schönen Reifen, es ist abends. Und wenn ihr die Taste V gedrückt, dann geht da jetzt so ein nettes Licht an. Yeah! Ja, so kriegt ihr strahlende Reifen an eurem Motorrad. Das gilt für fast jedes Motorrad. Ich habe letztens eins geschenkt bekommen, da geht das nicht, aber für die älteren Modelle auf jeden Fall. Und denkt daran, V aus, V an. Viel Spaß!